So, weiter geht's mit Mission 13, das Ende der Schlange. So, das Schwein wird Truppen entsenden und die werden hier bei diesem Schild landen. Und wir müssen die Schlange beseitigen. Die Schlange hat interessanterweise kein Torhaus, das sind nur zwei dicke Türme. Und danach hätten wir eigentlich einen direkten Weg zur Schlange, um sie zu töten. Also, wissen wir, was wir machen sollten, theoretisch. Ich will das mal ein bisschen umdekorieren hier. Okay, Geschwindigkeit runter. Und wir brauchen keine Kirche. Wir brauchen ein bisschen mehr Getreide. So nah dran, wie es irgendwie geht. Ja, zwei, drei. Gut. Dann. Ja, Pfeile werden wir nicht machen. Weil wir haben die Möglichkeit, hier mit einem Marktplatz uns einfach die Armbrüste und Bämse zu kaufen, die Lederbämse. Außerdem werde ich hier auf diesem schönen Vorsprung zwei Verteidigungstürme errichten. Ja, zwei, na gut. Passt schon irgendwie. Natürlich brauchen wir einen Steinwall und eine entsprechende Möglichkeit, damit die Leute da hochkommen können. Wir haben hier ein paar Starttruppen, zehn Kloppenmeister und diese Armbruchsschützen schicke ich nach oben. Genauso wie diese Bogenschützen. Dann brauchen wir auch wieder ein bisschen mehr Holz. Holz ist nie verkehrt. Außerdem werden wir Eisenminen errichten hier auf diesem Eisenfeld. Wer greift mich da eigentlich an? Da ist ein Bär. Okay. Und diese brauchen wir hier auch nicht. Ich hole mir das Holz wieder. Die werden sowieso schnell platt gemacht werden. Diese Bogenschützen schicke ich da auch weg und werde hier diese Mauern einreißen. Das bringt nichts, dass die da sind. Schnell, lauft schneller! Ihr flüchtet vor dem Einreißkommando. So. Dann kriegen wir auch ein bisschen Steine wieder. Ich könnte sieben ausbilden. So, was wollte ich machen? Eisenminen, genau. Weil das können wir nämlich nutzen, um das zu verhökern. Wir verhökern dann das Eisen. Ein paar mehr Hütten wären auch nicht schlecht. Die Mühle kann auch da weg. Die werde ich direkt hier an das Lager setzen, damit die Laufwege da kürzer sind. Und natürlich brauchen wir ein paar mehr Bäckereien hier. Damit die Nahrungsmittelversorgung gewährleistet ist. Ups, ein bisschen krumm gebaut. Tötet bitte den Bären. So, und das Wichtigste in dieser Mission eigentlich, zumindest für den Anfang, ist der Marktplatz. Denn hier können wir jetzt tatsächlich Armbrüste und Wämse kaufen. Und was ich verkaufen werde, ist das Eisen, wenn es dann kommt. Das kann sich nur noch um Stunden handeln. Bei dieser Spielgeschwindigkeit natürlich. Ah, noch eine Eisenmine. Macht mir keine Schande. Okay. Bogenschützen gehen da rein. Und ich werde noch was anderes machen. Ich werde diese Bogenschützen nach Norden schicken, weil hier gibt es Wölfe. Und die Bogenschützen sollen die Wölfe erledigen. Weil ich möchte nicht, dass die meine... meine... Baumeister angreifen. Oder meine Katapulte, wenn ich sie dann baue. Ich glaube, ich habe nicht genug Geld für... mehr... Armbrüste schützen. Aber darum habe ich ja die Eisenminen gebaut. Damit da das Geld reinkommt. So, und diese Bogenschützen sollen die Wölfe erledigen. Weil sonst... könnten meine Baumeister leicht Opfer werden. Weil Baumeister selber können, glaube ich, überhaupt nicht kämpfen. Und die sind dann quasi ein gefundenes Fressen. Für die Wölfe. Okay. Greift ihr an? Okay, ich gebe euch den Befehl, bevor ihr... das wieder nicht hingekriegt. Da kommen nochmal zwei Wölfe. Wenigstens treffen sie diesmal. Das ist leider nicht möglich. Doch. Visiere an. Äh, nicht getroffen. Das ist nicht gut. Und. Jawohl. So, dann haben wir die Wölfe erledigt. Können sie jetzt wieder zurückbeordern. Die Türme hier. Da sind keine Gegner da. Ich weiß nicht, warum ihr diese Terrormusik spielt. Weil ich sehe überhaupt keinen Gegner hier. Und ich kann auch noch ein paar Bogenschützen ausbilden theoretisch. Aber eigentlich sollte ich ja mehr auf Armboss schützen. Noch ein paar Eisenminen für uns. Hoffentlich geht das auch mit den Lauffaden. Je mehr Eisen, desto besser. Wir benötigen Holz. Okay. Ich habe 44 Leute. Wie viele kann ich neu ausbilden? Fünf. Gut. Noch ein kleines Vorratslager. Also Getreide habe ich hier genug rumliegen. Ich mache mal. Was mehr Geld. Höhere Geldeinnahmen. Vielleicht noch eine Bäckerei. Also Waffen müssen hier nicht produziert werden. Oder auch keine Wämse. Weil das kann man besser kaufen. Man verkauft Eisen. Hat dann genug Geld, um sich das zu kaufen. Und das geht wesentlich schneller. Als das jetzt produzieren zu lassen. Und natürlich brauchen wir eine Baumeistergilde. Hier muss auch irgendwo Armeegebäude. Die Baumeistergilde. Kostet mich allerdings 20 Holz. Da muss ich noch ein bisschen warten. Aber da kommt schon Holz an. Und der Narr rinnt auch wieder rum. Ich kriege mir das Holz. Ich habe ja sonst keinen Verbrauch, weil ich keine eigenen Waffen produziere. Mehr Armusschüssen. Und alle schön in diesen Turm rennen. Ja, hier unten könnten wir angegriffen werden, aber das ist eher unwahrscheinlich. Die Gegner werden tatsächlich hier sich hinbewegen durch den Fluss und werden dann von meinen Truppen unter Beschuss genommen. Dahin gehen sollten wir da kein Problem haben. Und wir können jetzt hier Eisen verkaufen. Können wir 115 Gold für 5 Stück. Alle Mannen in die neuen Super-Türme. Ja, und da ist die Schlange. Wir müssen eigentlich nur diese beiden Türme hier mit den Ballisten platt machen. Und dafür brauchen wir Katapulte am besten. Und zwar einen ganzen Haufen Katapulte. Ich glaube, zwei Baumeister sind nötig, um einen Katapult zu bedienen und zu bauen. Zum Bauen, okay, man kann das wahrscheinlich auch mit einem Baumeister bauen. Problem ist bloß, danach steht das Ding nur dumm rum, weil es nicht bedient werden kann. Der Katapult braucht zwei Baumeister. Und die kosten 30 Gold jeder. Also sind teurer als Armwurstschützen oder Streitkolbenkämpfer. Die Leitern-Träger kosten 4, also wesentlich billiger. Aber sie haben ja nur eine Aufgabe. Aber die wollen wir nicht einsetzen. Leitern an die Wände zu stellen, an die Welle. Ich schicke noch mehr Bunkenschützen in die Türme. Sind meine Jungs eigentlich zurückgekehrt? Ja, muss ja. Okay. Hier ist ein Sompf, da muss man ein bisschen aufpassen. Und das Schwein schickt ziemlich schnell Truppen nach. Und wenn wir die Bresche geschlagen haben, werden wir mit den Streitkolbenkämpfern reinrennen. Ich werde das Spieltempo mal ein bisschen anheben. So läuft ja eigentlich alles. Wir haben Getreide genug, wir haben Mehl. Wir können auch noch einen Bäcker gebrauchen. So, wie viele Armwurstschützen habe ich hier? 16, da geht noch ein bisschen was. Verkaufen das Eisen. Gämsen kaufen. Okay, noch ein paar mehr. Brauche ich vielleicht noch eine Hütte? Müssen ja auch noch die Baumeister ausbilden. Eine Botschaft des Schweins. Wir dürfen schlachten. Er wird uns schlachten, oh nein. Das Schwein will uns schlachten. Die Eisenlinie muss auf Eisenerz geordnet werden. Ja, ich will es ja tun. Na gut, hätte man vielleicht besser machen können, aber es passt. Es reicht aus. So, ist das Schwein schon da? Ich sehe keinen. Das ist eine große Map. Heilemann die Türme. Boah, dann habe ich genug. Ich brauche nur mal wieder ein paar Armwurste. Ich habe nicht genug Güter. Holz könnte ich eigentlich auch verkaufen. Okay, der Schwein kommt. Mal sehen, wie wir uns schlagen hier. 20 Armbuss-Schützen. So, und da sind die Truppen des Schweins. Und das Bizarre an dem Schwein ist eigentlich, dass er seine Truppen, Haufen Bogenschützen und Streitkolbenkämpfer, erstmal hier nach Norden schickt, zur Schlange hin. Und das ist tatsächlich relevant für eine Sache, die dann später passieren wird, weil das Schwein will anscheinend die Schlange unterstützen. Und wenn wir dann so weit sind, dass wir hier eine Mauer schlagen können, oder wenn hier ein Durchbruch erzielt ist, dann werden sich die Truppen des Schweins auch bis hier hinten bewegen. Und der Grund ist wohl der, weil das Schwein ständig Truppen nachschickt, dass man nur ein kurzes Zeitfenster hat, wo man hier mit seinen Truppen dann hier reinrennen kann, um die Schlange zu töten. Und danach kommen schon wieder die Schweinstruppen an, und die sind dann auch in dieser Burg drin und würden unsere Leute dann töten. Also man muss da schon abpassen am besten. Das ist die Idee dahinter. Okay. Dann wollen wir mal schauen. Weil wir haben einen Höhenvorteil durch die Klippe, durch die Türme. Die sind im Fluss drin. Das sollte eigentlich eine leichte Sache sein für uns. Wenn wir treffen. Haben wir seine Truppen aufgeteilt? Ja, hier unten laufen wir auch welche lang. Das wird noch mal interessant. Okay, sie kommen näher. Aber nicht ganz nah ran. So. Keine Ahnung, was die da machen. Sie haben einen Holzfäller getötet. Aber die Steine kommen noch nach wie vor rein. Der Kornspeicher ist voll, mein Lord. Dann kann ich ja nochmal die Steuern erhöhen. Und das war's. Der Angriff ist zurückgeschlagen. Unsere Verteidigung hat Stand gehalten. So, und jetzt geht's darum. Baumeister auszubilden. 20 Stück werden wir brauchen. Ich hab' nicht genug Gold, um diese Einheit auszubilden. Ich hab' nicht genug Gold, um diese Einheit auszubilden. Ihr habt' nicht genügend Güter. Es werden Rekruten benötigt sein. Dann hab' ich 8, dann fehlen noch 12. 2 für jedes Katapult. Ich will 10 Katapulte haben. Und das Problem ist, die Katapulte kosten selber auch 150 Goldmünzen. Also müssen wir dann... Wir brauchen definitiv mehr Eisen, um das zu verkaufen. Tragbare Schilder sind billiger. Die kosten noch 5 Gold. Und werden nur von einem Baumeister bemannt. Aber sie greifen ja nicht an. Die schützen nur andere Objekte. Und bei 10 Katapulten, das ist eigentlich fast schon Overkill für diese gegnerischen Türme. Aber darum geht's ja. Wir sollten schnell zuschlagen dann in dem Moment. Unsere Verteidigung steht schon mal. Das ist immer das Wichtigste für mich. Ich hab' immer Angst. Es gibt nichts Schlimmeres, als wenn die Mauern durchbrochen werden. Aber diese zwei Türme würde ich auf jeden Fall da errichten, weil das ist einfach eine super Stelle. Wir sind sehr hoch. Die Gegner kommen von hier, die meisten. Und werden dann alle niedergewalzt hier mit der 31 Ambo Schützen und noch ein paar Bogen schützen. Ah ja. 7, 8, 15. Dann fehlen noch 5. Ich verkauf mal wieder ein bisschen Eisen. Wir haben nicht genügend Blüter. Euer Gnade. Unser Werkzeug ist für uns eine Aufgabe. Wie können wir helfen? 17. Und noch einer bitte. Es werden Rekruten. Dann haben wir jetzt... Oh, 21 sogar. 21 Schützen. Außerdem, was wir auch machen können... Können natürlich auch unsere Streitkolbenkämpfer schon mal ein bisschen... ...finanzieren. Weil die werden wir für den Angriff benötigen. Ich könnte auch noch mehr Ambo Schützen machen, warum nicht? Ich geh' auf Nummer sicher. Und das Schwein schickt schon die nächste Armada aus, die sich wieder mal zur Schlange hin bewegt. Aber es gibt ja keinen Durchgang, auch wenn die miteinander verbündet wären. Ich weiß gar nicht, ob sie durch diese Torhäuser durchkommen würden. Aber die können da gar nicht durch, weil es gibt keine Torhäuser hier, es gibt nur Türme. Die Schlange hat sich komplett von der Außenwelt abgeschottet. Aber der Narr rennt hier noch rum. Der rennt hier im Innenbereich rum. Der kann ja eigentlich nicht mehr raus. Der steckt hier fest, der Narr. Das ist witzig. So. Streitkolbenkämpfer. Und... Sonst nichts. Wo sind denn seine... Bogenschützen? Hat er keine Bogenschützen diesmal dabei? Okay. Ja gut, die... Ist mir egal. Er muss es ja wissen. So. Und für 10 Katapulte, 150 Goldstücke, brauchen wir 1500 Gold, um die zu bauen. Also warte ich erstmal, bis ich das Geld zusammen habe. Ihr habt nicht genügend Güter. Jetzt müssen wir ein bisschen Holz verkaufen. Steine kann ich auch verkaufen, die brauche ich auch. Nicht wirklich. Mh... Könntet ihr diese beiden da erledigen? Das wäre schön. Man muss die Mauer gar nicht schließen, die sind alle tot, bevor sie hier ankommen. Nein! Greif nicht meine... Kühe an! Oh nein! Die Steinkühe! Nein! Nein! Holzfäller! Hier! Der tapfere Holzfäller! Naja. Ja und dieses Torhaus ignorieren sie zum Glück. Weitestgehend. Und dann sind sie hier voll in der Zange genommen und dann wird auch diese Truppe hier platt gemacht. Eine Botschaft des Schweines. Bald werdet ihr zu Schweinefutter! Bald werdet ihr zu Schweinefutter! Ich werde mal die Lautstärke wieder ein bisschen erhöhen. Ich habe das Gefühl, das war ein bisschen leise. Ja, okay. Sagen wir 20. Kann man wieder speichern. So läuft das. Warten dann unsere Einnahmen ab. Gold fließt in die Schatzkammer. Gold fließt in die Schatzkammer. Schatten wir ihr die Güter mit. Unser Lebensmittel vorhin erwachsen sei. Das Volk holt nicht euch sein. Ja. Äh, gemeine Steuern sind mit das Beste. Weil die nächste Stufe ist schon minus 12. Das sind dann die Buchersteuern. Und das ist... Das kann ich nicht mehr kompensieren durch mehr Nahrung. Ich kann nicht mehr als doppelte Rationen ausgeben. Ich kann nicht dreifache Rationen sagen. Natürlich könnte ich meine Beliebtheit steigern durch die schönen Objekte. Aber dann sinkt die Produktivität. Ich kann natürlich auch Priester rumlaufen lassen. Aber davon brauche ich jetzt auch schon eine ganze Menge bei 52 Bevölkerung. Und ich habe einfach nicht den Platz. Oder doch, hier könnte ich das machen theoretisch. Aber... Das geht ja auch so. So. Oh, ich habe das Geld. Okay. Das ist die Frage. Warte ich jetzt noch den nächsten Schweineangriff ab? Oder lasse ich schon mal Katapulte bauen? Weil ich möchte ungern, dass meine... Baumeister von seinen Truppen erledigt werden. Entlegene Dörfer sahen eine Truppe des Schweins auf dem Weg in diese Richtung. Gebt uns eine Aufgabe. Die Schlange selber macht gar nichts. Die kann ja auch nicht raus. Also... Das ist eigentlich nur das Schwein, was Probleme macht. Mit seinen angreifenden Truppen. Und Spalter. So. Ich werde mal gucken, dass ich jetzt ein paar Katapulte baue. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Acht. Neun. Zehn. Okay. Ein Baumeister ist übrig. Der kann hier Pause machen. Dann haben wir Katapulte. Und anders als Tribocke können die sich auch noch bewegen. Katapulte bereit. Katapulte das bewegt. So. Wir haben sechs Kühe, die wir schleudern können. Und sechs... Steine. Die Truppen des Schweins greifen an. Die Truppen des Schweins greifen an. Ja, die Frage ist, wo sie angreifen. Normalerweise rennen sie ja hier lang. Ich hoffe, das wird auch diesmal so sein. Wenn nicht, dann muss ich eben hier meinen alten Spielstand laden. Weil sonst, äh... Das ist nicht so schlimm. Ich meine, ich kann die Katapulte verlieren und... Ich hab... Ich bin hier sicher. Ich muss da nur wieder warten, bis ich das Geld zusammen habe. Wir erhöhen mal das Spieltempo ein bisschen. Er hat Bogenschützen da. Das ist nicht so gut. Wir fahren durch den Fluss. Katapulte können durch den Fluss fahren. Ist die Frage, was er macht. Ich hoffe nicht, dass sie... Dass ich sie unlocke oder so. Ne, sie ignorieren mich, zum Glück. Und werden erschossen. Jo, wie die erschossen werden. Oh, nein, sie haben das auf mich abgesehen. Ich muss weg. Okay, jetzt haben sie uns ignoriert. Verteidigung mithalten. Viel gehabt. Töten wahrscheinlich wieder Kühe, ja. Exakt. Gern. Das ist gerade unser... Stichwort. Der Angriff ist zurückgeschlagen. Und wir können die Katapulte jetzt so schnell wie möglich reinschicken. Nicht in den Sumpf fahren am besten. Weil... da ist alles arg verlangsamt. Okay, es wird spannend. Ich höre den Spieltempo ein bisschen. Warte mal sehen, bis wir in Reichweite sind. Ich fahre ein bisschen nach Süden. Die Balliste schießt schon auf uns. Okay, das sollte passen. Und jetzt feuern die Katapulte. Ich muss bloß die Balliste da weg haben. Einen Katapult haben wir leider verloren. Ja, okay. Der erste Turm ist kaputt. Ich muss bloß noch irgendwie in die Reichweite kommen von dem da. Können alle schießen? Ja, alle schießen. Es sollte passen, dass wir den... Oh. Dass wir diesen Turm zerstören können. Nicht mehr viel Lebensenergie. Und er ist kaputt. Und jetzt ziehe ich mich zurück. Der Schwein kommt und mich tötet. Ja, wir haben einen Durchgang geschlagen. Auch noch ein bisschen seine Mauern zerstört hier. Der Narr ist frei. Narrenfreiheit. Nennt man das wohl. Mehr müssen wir auch nicht zerstören. Wir müssen bloß noch unsere Truppen hier retten, damit wir nicht so viel Verluste haben. Das ist bloß noch wegen der Punkte. Eigentlich kann ich die auch zerstören. Das ist... Zerstören lassen. Oh nein, Katapulte schneller. Ihr seid so langsam. Aber er wird wahrscheinlich sowieso erstmal wieder, wie gehabt, den Weg zur Schlange gehen. Und jetzt hat er selber auch einen Weg dahin. Das heißt, es wird immer wieder dauern, bis er uns dann angreift. In der Zwischenzeit kann ich ja meine Angriffsstrahlmacht weiter ausbauen. Bestehend aus Keulenträgern. Ich kaufe mal 20 Stück, mache ich davon. Das Eisen werde ich verhökern. Ihr habt nicht genügend Güter. Ich habe genug Güter. Und Westen brauche ich natürlich. Ich mache noch ein bisschen mehr. Es ist kein Platz in der Waffenkammer. Achso, da muss ich eben ausbilden. Es werden Rekruten benötigt sein. Stratkolb-Kämpfer. Was hilft dir? Da hilft nur Muskelkraft. Hm. Ja, hör. Es werden Rekruten benötigt sein. Hm. Ah, Holz kann ich auch was verkaufen. Da ist es natürlich. Es werden Rekruten. Ja, hör. Es werden Rekruten. Ja, hör. Mein Schatz, du musst den Rekruten. 23 habe ich schon. So, wo ist das Schwein? Ja, einerseits sind die Schweinetruppen hier oben jetzt bei dem Steinbruch. Andererseits greifen sie wieder oder gehen unten lang bei meinem Tor aus. Diesmal hat er wieder keine Bogenschützen dabei. Anscheinend wechselt das mal ab. Mein Fehler, hat er Bogenschützen dabei oder nicht? Wir Katapulte können hier Pause machen. Ja, hör. Es werden Rekruten benötigt sein. Oh, was habe ich gekauft? Armwürste? Äh. Die wollte ich ja gar nicht haben. Ja. So. Ja, hör. Ihr habt nicht genügend Güter. Es werden Rekruten. Nein, es geht. 35 Streitkolbenkämpfe habe ich schon mal. So. Ja. Gut, das Tor schließt sich bevor die Kuh rauskommt. Das wird sie retten. Aber den hat es erwischt. Den Steinmeißler. Auch hier werden sie wieder mit Zange genommen. Die warten dumm durch den Fluss. Eigentlich sollte keiner von denen ankommen können. Ne. Schon wieder abgewehrt. Entlegene Dörfer sahen eine Truppe des Schweins auf dem Weg in diese Richtung. Es werden Rekruten benötigt sein. Ja, hör. Da geht noch mehr. Ja, hör. Es werden Rekruten benötigt sein. Ja, meine Holzfäller laufen auch wild in der Gegend rum. Aber das dürfen sie auch. Sie haben meine Erlaubnis, um zu laufen. Unsere Lebensmittelvorräte schwingen dahin, euer Gnaden. Ich weiß nicht, ob das so stimmt. Es werden Waffen benötigt, Sire. Waffen werden benötigt, Sire. Dann kriegt ihr halt Waffen. Und Rüstung. Es werden Rekruten benötigt sein. Wie viel habe ich jetzt? 53. Ah, das sollte krug sein. Ihr habt nicht genügend Güter. Es werden Waffen benötigt sein. So, sage und schreibe 55 Streitkolbenkämpfer. Das ist doch eine schicke Zahl. Ist die Frage, ob ich den Angriff jetzt noch abwarte oder nicht oder schon mal losmarschiere. Und sozusagen meine Streitkolbenkämpfer wie die Katapulte vorhin auch auf die Lauer lege hier oben. Und sobald die vorbei sind, stürme ich da rein. Auf, ins Getümmel! Manchmal hilft nur Muskelkraft. Und es gilt nur die Schlange zu beseitigen. Wenn ich jetzt angreifen würde, hätte ich es natürlich auch mit den ganzen Schweinetruppen zu tun. Deshalb würde ich sie erst mal auf dem Weg wissen. Weil selten ändert die KI ihre Pfade. Dass sie dann irgendwie woanders langlaufen möchte oder so. Warum nicht noch ein paar? Es dauert ja noch ein bisschen, bis die sich hier auf den Weg machen. Oder bis die da sind. In der Todeszone. Und auch diese Armee, das ist wieder eine Armee mit Bogenschützen gegnerischen. So, was ich da machen muss? Ich muss hier durchbrechen bis zur Schlange. Der wird bewacht von ein paar Streitkolbenkämpfern und Armbrustschützen, die allerdings nur da sind. In diesen anderen Türmen befinden sich nur jeweils zwei Bogenschützen. Das ist für meine gepanzerten Streitkolbenkämpfer nicht so ein Problem. Ich höre mal die Spiegschwindigkeit wieder. Ist das jetzt 90? Das kommt mir aber nicht wie 90 vor. Oh, irgendwas ruckelt hier. Oh, das schmiert das Spiel nicht ab. Das wäre das erste Mal. Aber es ist langsam. Ich weiß nicht warum. Äh, hier unten sind welche? Ja. Okay. Einen Moment, ich mache mal kurz Pause. Und dann sind die Frames auf 60 wieder gestiegen. Jetzt mache ich die Pause mal wieder weg. Und es ist wieder 10 Frames. Ist mein Spieltempo zu hoch für das Spiel? Habe ich das Spiel gesprengt oder was? Hm, merkwürdig. So. Jetzt mal probieren. Ne, ist immer noch so. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Seht ihr das? Das ist nicht gut. Bewegung, na los! Bewegung, na los! Ja, irgendwas stimmt hier nicht. Warum sind da so viele Hasen? Das sind ganze Hasenarmader. Jetzt geht's, jetzt, jetzt rennt's wieder. Okay. Was auch immer. So, was wir machen müssen, wir müssen... Eine Soldatentruppe des Schweins, die befindet sich auf dem Weg zur Burg. Ja. Den ganzen Weg? Den ganzen Weg, ja. Warum habe ich eigentlich so viel verloren? Eine Botschaft der Schlampe. Wieso? Wieso? Oh. Oh, okay. Ich verstehe, was passiert ist. Ich war dumm. Ich verstehe, was passiert ist. Hört ihr auch diese Schritte? Gefahrter Tod ist auf dem Weg zu uns. Ja gut, der kann gerne auf dem Weg sein. Aber eigentlich ist es mehr Gefahrter Tod von Seiten des Schweins. Ich habe vollkommen ignoriert, dass das Schwein da noch Truppen hatte. Und das war der Fehler. Ich muss abwarten, bis diese Bogenschützen da raus sind. Natürlich, ich habe mich schon gefragt, warum sterben da so viele von meinen Leuten? Das liegt daran, dass, ähm... Ja. Ich abwarten muss, dass sich diese Bogenschützen da aus dem Weg gemacht, aus dem Staub gemacht haben. Dann wird's auch was. Was hat er denn Abwehr hier? Das sind ja sonst nur... kleine Truppen. Bogenschützen. Die gegen meine gepanzerten nicht viel ausrichten können. Ja, ja. Der Schwein ist auf dem Weg. Aber er ist nicht in der Burg. Bewegt euch, Hunde! Bewegung! Na los! Auf ins Getümmel! Bewegt euch, Hunde! Bewegung! Na los! Na ja, ein paar sind im Sumpf stecken geblieben. Auf ins Getümmel! So schnell rein, wie's ihm hier geht. Den ganzen Weg! Und... Ah, die Schlange hat auch ein paar Fehle hier gebaut. Ja, endlich! Ich bin... Verloren! Den ganzen Weg! Okay, los geht's! Was gibt's? Die haben keine Ahnung. Ja? Oh, ich gebe ein paar ein zu Befehle, dass sie was anderes machen. Aber die meisten sollen einfach nur nach... durchstürmen. Einzelne Streitkämpfer können das mit diesen Bogenschützen aufnehmen, tatsächlich. Und wir stürmen sein Haus. Ne, ne. Und er stirbt. Wohl. Wohl gehört uns. Nun ja. Die Lage ist nun ja. Ja, das ist sie wohl. Denn du bist tot. Und wir haben den Sieg. Verschont nicht. Im Grunde meines Herzens bin ich auf eurer Seite. Ja, er ist auf unserer Seite. Hm. Ihr seid tot, mein Freund. Ich hätte die auf aggressiv stellen müssen, weil jetzt konnten... Na, egal. Ist egal. 17% der Truppen verloren. Na gut. Sind trotzdem 10.000 Punkte mehr. Dank dem höheren Schwierigkeitsgrad. Also kriegen wir 23.300. Jui. Ja, aber es ist keine so schwierige Mission, wenn man weiß, was man machen muss. Ähm, die Angriffe des Schweins, ja, die kommen recht regelmäßig, aber man muss diese Pausen dazwischen ausnutzen. Einerseits für die Katapulte und andererseits eben für den letzten Angriff mit den Streitkolbenkämpfern. Und da sollte man denen auch definitiv sagen, dass sie dann die einzelnen Bogenschützen da in den Türmen noch angreifen sollen, weil ein so ein Streitkolbenkämpfer hat definitiv eine Chance gegen zwei Bogenschützen in einem Turm. Weil so schnell kriegen die Bogenschützen den Streitkolbenkämpfer nicht platt, weil die Durchschlagskraft von den Bögen ist einfach nicht so gut wie bei Armbrüsten. Ja. Aber, hey. Das war die Burg-gegen-Burg-Mission. Die Schlange ist gefallen. Es gibt nur noch zwei Tyrannen und das sind die Schlimmsten. Wie sich das gehört. Erst gab es die Ratte, dann die Schlange und ja, jetzt kommt das Schwein. Kaum legt die blutige Leiche der Schlange zu euren Füßen, sammelt ihr schnell eure Männer und ergreift die Flucht, ehe euch der Wolf erwischen kann. Hehehe. Ja, wir kämpfen gut in diesem Land. Ähm, wie das blau? Ja. Und was das mit dem Geruckel war, weiß ich nicht. Obwohl wir getrennt sind, ähm, vom restlichen Reich kloppen wir uns hier ganz gut durch, muss ich sagen. Aber, das Schwein hat aus Friesland erobert und das können wir gar nicht dulden. Lassen, da, da geht's, äh, da müssen wir, ja, jetzt ist das Schwein dran, auf jeden Fall. Die Schlange ist verschwunden, nur noch diese beiden. Ja, und das Schwein. Ach, ich kann diesen Kerl nicht ausstehen. Mission 14, der Bergpass. Das Schwein spricht zu den Menschen der Grafschaft, die er eben eroberte. Ja. Was für ein sympathischer Geselle. Ich reise mit dem König noch heute ab und wir werden bald an unserer Küste eintreffen. Eure ununterbrochenen Angriffe sind die ideale Ablenkung für uns. Gut. Wir kommen euch so schnell es geht mit Verstärkung zur Hilfe. Gut, der König und Salon am Kommen zur Hilfe. Da der Wolf immer näher rückt, beschließt ihr den Feind in zwei Teile zu spalten, indem ihr eine der Grafschaften des Schweins beansprucht. Das Schwein ist bekannt dafür, dass er riesige Mengen an Truppen in die Schlacht schickt. Ja. Er ist nicht an Niederlagen gewöhnt. Hm. Es ist also höchstwahrscheinlich, dass ihr stark in der Unterzahl seid. Nutzt das Gelände zu eurem Vorteil. Gut. Die Kundschafter berichten von einer Festung auf dem vor uns liegenden Bergpass. Wenn sich die Garnison hier verschanzt, kommen die Männer des Schweins hoffentlich hierher. Hm. Unsere geheimnisvollen Freunde haben uns weitere Baupläne zukommen lassen. Dieses Mal für eine große, auf Türmen montierte Balliste. Sie sollte sich als unschätzbarer Vorteil gegen die Kriegsmaschinerie des Schweins erweisen. Ja. Jetzt kriegen wir auch, was wir in der vorigen Mission bei der Schlange gesehen haben, die Balliste auf dem Turm. Und das ist wieder eine reine Belagerungsmission, die zum Glück ein bisschen einfacher ist, denn wir haben einen Bergpass. Verstärkt eure Befestigung mit Ballisten. Bildet mehr Truppen aus, um eure Abwehr zu verstärken. Wenn ihr Gefahr lauft, einen Teil der Befestigung zu verlieren, zieht euch zurück und verstärkt die nächste Verteidigungsperson. Äh, ja, das ist gedacht in dieser Mission, aber das werde ich lassen, weil ich will. Überhaupt keine Befestigung verlieren. Setzt Ballisten ein, um gegnerische Sturmböcke außer Gefecht zu setzen. Ja, die kommen nämlich. Errichtet Mörderlöcher an strategisch günstigen Stellen. Ja, die haben wir gerade auch kurz gesehen, als wir angegriffen haben. Da sind ein paar von meinen Streitkolbenkämpfern in so spitze Löcher gefallen. Ihr solltet darauf achten, alle gefallenen Truppen zu ersetzen. Oh, oder zu erweitern. Schäden an eurer Burg solltet ihr so schnell wie möglich beheben. Ja, okay, das war mir auch klar. Quadratischer Turm. Der ist noch besser. Dieser Stein an der Turm ist groß genug, um eine Mangel oder Balliste zu fassen. Anders als Außen- und Verteidigungstürme haben diese großen Türme tiefe Fundamente, die jeden Angriff eines Tunnelbauers scheitern lassen. Ja, das Ding ist geschützt gegen Tunnelbauer. Sie können eine Menge Schaden aushalten, verschaffen Einheiten einen guten Überblick und fassen mehr Männer als ihre kleineren Ebenbilder. Der zweitbeste Turm im Spiel. Oder zweitstärkste. Mörderlöcher. Diese verdeckten Fallen werden ausgehoben, um dem Feind ein schnelles Ende zu bereiten. Mörderlöcher sind für den Feind unsichtbar und tödlich, aber für ihre eigenen Leute vollkommen harmlos. Ballisten. Ballisten müssen auf Türmen platziert und von zwei Baumeistern bemannt werden. Ja, dafür brauchen wir auch wieder Baumeister. Sie sind recht treffsicher, feuern einzelne Bolzen und wehren feindliche Belagerungsgeräte effizient ab. Wenn man ihnen den... Man sollte die schon selber befehligen. Ja, und das ist der Bergpass. Wir haben eine Festung. Ein ziemlich großer, ein großer Bergfried diesmal. Was wir hier haben, sind mehrere Verteidigungsringe. Das Schwein wird von hier unten kommen. Hier ist ein Verteidigungsring. Hier ist ein Verteidigungsring. Und der letzte... Ne, hier ist noch ein Verteidigungsring. Und hier auch nochmal. Also eigentlich haben wir vier Verteidigungsringe, bevor das Schwein uns quasi zu Hause erreicht. Das ist eine gute Ausgangsposition. Das Problem ist bloß, ich würde mich auf eine Stelle nur fixieren wollen und den Rest dann eben da dann erledigen. Das Schwein in einen Engpass zu treiben. Und wir haben ein bisschen Grünfläche hier. Das ist alles schön abgegrenzt vom Schwein. Also da müssen wir keine Sorge haben. Das läuft alles autark. Wir müssen hier bloß verteidigen. Die Frage ist nur, was wir verteidigen werden. Ja, aber das sehen wir dann gleich, wenn es weitergeht mit dem Let's Play von Stronghold.